Oh was seid denn ihr bitte? So natürlich Rage Du bleibst bei Slot Sehr gut, schade, das ging in die Hose Und du machst dein Gadget Ach, jetzt weiß ich warum Wann Medusa-Dings da kommt Alles klar, jetzt weiß ich wann Alles klar, jetzt hab ich's herausgefunden Sobald sozusagen eins daneben geht Interessant Und trefft's Sicher nicht Wenigstens macht er Schaden Jo, klar, warum nicht Geh doch Wenigstens geben sie ein paar Erfahrungspunkte Ich mein Ich würde nicht sagen, dass wir locker flockig Da durchlaufen werden, aber Bis jetzt klappt's Der erste Boss ist schon mal hinüber Zwei Drachen hab ich noch zu finden Bin ich eh mal gespannt noch drauf Oh, Gigabolt Wie you Ries mal Blitz Und los geht's Schick ihn in die Hölle Wunderbar So eine Runde heilen Ha, okay Der Sian ist auch soweit So Sian Ragnarok Das kannst du Raiden Alexander dann, ne Hopp Dann machen wir Alexander mit dir als nächstes So, fertig, Kain Edgar Edgar, alle heilen bitte Wunderbrechtig So Und los geht's So Die erste sind wir rein Das heißt, ich geh jetzt ins zweite Das bleibt eben hier nur noch übrig Und super Jetzt kommen noch diese Mistviecher Jo Gleich zweiter aus, ne Das ist unfassbar So So Schaffen wir es noch ein bisschen Schaden zu machen Gettensäge Reicht das Ist er weg Sehr gut Es gibt halt Viecher Die machen uns schon unnötig Schaden Männlich zu sein Alles klar So Die Tür rein Und rüber So Ich denke mal Jetzt sind wir hier richtig Kraftschild Oh Das hört sich doch mal interessant an Okay Da können wir nicht runter Dann müssen wir da runter Alles klar Ich hoffe mal, dass ich jetzt die richtige Tür reinkomme Aber ich glaube, ja Der mit seinem hässlichen Hase Oh, super Er wird noch gefehlt Dass er noch zum Kobold wird Gut So Oh Und vergiftet ist er auch noch dazu Mein lieber Scholle Dann hat er ja alles Dabei So Einmal vergiften Weg Jetzt noch Kobold Status Weg Wunderbar Ah, okay Da kann man noch die Tür rein Oh, wo geht's da hin Ach Da ist ja ein Drache Guck mal Der nächste Drache Alles klar Wow Okay Der legt schon mal gut los Muss man sagen So Dann machen wir Flare Was kannst du? Kannst du Ultima? Was kannst du? Was kannst du? Was Schaden machen kann? Entscheißte Kannst du was? Okay Dann bleiben wir bei dem So Magie Komm Ich bleib bei der Kettensäge Okay Viehschaden macht er ja jetzt Netter Ich bin mal eh gespannt Wie viel er ertragen kann So Bleiben wir mal so Oh Da muss ich jetzt aufpassen Da muss ich jetzt aufpassen Prismoblitz Sehr gut Kettensäge Vielleicht ist es sogar fertig jetzt Sehr schön Der siebte Drache Ist auch damit Finite Sehr gut Wunderbar So Nur noch Einen Ein Gefürchtete Drache Den muss man halt Auch noch Natürlich hier finden Das ist klar Sehr gut Das läuft auch bis jetzt Wie geschmiert So Nicht dass ich irgendwas Vergesse Erstmal gucke ich mal oben Ob wir Speicherpunkte haben Wäre nicht schlecht Oh verdammt Verdammt Das wollte ich eigentlich nicht Die ganze Zeit jetzt haben Oh Okay Die ertragen ein bisschen mehr So wie es aussieht hier So Du bleibst natürlich bei der Situation So Sehr gut Oh scheiße Du gehst jetzt ja drauf Oder Okay Das Dann müssen wir uns beeilen Oh das wird knapp Man scheint so Rage Und los Komm Aber jetzt Ordentlich Schaden machen Bitte Das kann echt knapp Kann echt knapp werden Wird knapp Ah Gott sei Dank Die Kettensäge noch Komm Ich kann mal schnell durchdrücken Bevor die Daumen gehen Weil der Counter Hab ich mal ab und zu gesehen Der geht ja auch so runter Obwohl das Battle schon fertig ist Das muss ja echt nicht sein Dass die drauf gehen So wo sind wir jetzt gelandet hier Okay Okay Wo bin ich jetzt hier Das Alles klar Da muss ich auf jeden Fall hin So wie es aussieht Okay Interessant Aber das dauert noch Natürlich glaube ich Dann Zuerst mal muss man hier Was anderes aufmachen Super Todes Roulette Ist das so ein scheiß Ding Komm komm Äh Scheiße Du mit deinem Medihase Oh der ist weg Ach super Hat mir jetzt noch gefehlt Aha So und viel Schaden machen die jetzt auch Das heißt ich muss die auf jeden Fall wiederbeleben Das ist das Bitterere an der ganzen Situation grad Oh super Weil du jetzt noch Super Das hat mir jetzt noch gefehlt Fuck Scheiße Komm schon Das ist jetzt echt bitter Oh Glück gehabt Danke Gau Oh War das bitter Dass sie noch die stärksten drauf gehen Ey Das muss ja noch kommen Ja eigentlich hätte ich auch den Kampf skippen können Um ehrlich zu sein Habe ich mir das eigentlich auch wieder selber schwer gemacht So So jetzt Rage Genau Nein Maja Machen wir mal das Genau So da kommt wieder der Tappische Medihase Und du machst mal normale Attacke Erstmal Ich denke mal das ist sinnvoller Da machst du wenigstens öfter Schaden Klar sind die Rumschläge nicht schlecht Wenn es mehrere Schläge sind Aber trotzdem Super Der macht noch seinen Tappischen Meteor Macht das Schaden Natürlich Gelt gut so So die Kettensäge gibt den Rest Wunderbar Oh Setze jetzt Level ab Sehr gut So Heile 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 So Okay Da ist wenigstens noch ein Ding Alles klar Energierüstung Wie viele Rüstungen ich hier gerade finde Ist ja auch nicht schlimm Ich begrüße es natürlich Oh Ein süßer kleiner Drache Was Geht Wie viel sind es so Wie viel sind es jetzt gerade Veräpple Das ist doch veräppeln Oder Es waren jetzt fünf Drachen aufeinander Oder was Krasse Scheiße So Oh Du bist schon wieder fertig Okay Wundert mich jetzt Reiten Was machen wir dir Was geben wir dir Was könntest du auf die Schnelle Komm Machen wir das dann Oh scheiße Ich wollte doch nur schnell da rein Meine Güte Aber nichts treffst du jeder Sehr gut Mut Miss Das ist doch echt eine Frechheit Auf komm Gib jetzt Eigentlich Müsste ich ja eigentlich nicht die Battles machen Ich bin ja eigentlich stark genug Sag ich jetzt Zeitverschwendung Glaub ich auch sogar Aber Erfahrungspunkt schaden trotzdem nicht So jetzt bin ich am richtigen Gefleckt Sehr gut Oh noch eine Schleife halten Sehr interessant So natürlich muss ich mal mit der Truppe auch vorankommen Wenn wir mal ehrlich sind So Natürlich habe ich hier keinen Wo die Wo ich Wo diese Rüstung hat jetzt Jetzt Das heißt ich muss jetzt So Der hat nur Schwarzgurt und das So Du hast Sturmnadel und Schwarzgurt Was ist die Sturmnadel nochmal Nur dass ich es weiss Weil Irgendjemand muss ich ja Wahrscheinlich Einen Privativschlags So Das heißt Das werde ich I auf jeden Fall Also die Laufstiefel reinmachen Jetzt gucken wir Was Guck mal Bei ihm kann ich die Sturmnadel reinmachen So Sehr gut So Denke ich mal Fahren wir was Gutes So Du Muss ich dir was anlegen Ja Okay Alexander Das nächste für dich Tja Musst du halt warten Dann machen wir halt das hier Was lege ich dir an Was sinnvoll wäre Eventuell Okay Ne Das pausier Nicht So Was lege ich dir an Was sinnvoll jetzt ist Ja komm Machen wir hier Kein Funkel für dich weiter Oh Du hast ja auch kein Ding mehr MP MP wie ich es gerade sehe So Okay So Jetzt hoffe ich mal Dass wir auch gleich hier Den nächsten Drachen finden Würde ich echt begrüßen Mählich zu sein sogar Bis alles jetzt schnell vorangeht Heber Wow 885 Ja Kann man nicht schnell Mach mal jetzt halblang Da die Charade Party Komm Sehr gut Ich muss brechen gleich Ja klar Warum nicht Immer wieder auf den Yeti Ein neuer Tanz erlernt Auch nicht schlecht Oh und der Der hat ja jetzt alles Der hat ja Der hat jetzt ja wirklich alles So Der Medica Der hat ja wirklich alles Gerade So dann der Kobold Einmal Sehr gut So Lock Alle heilen Wunderprächtig Ich muss nur dran denken Rotkappe Aha Wo geht es da entlang Aha So Oh Puschelkostüm Auch süß Gauntlet Erhalten Viele Gauntlets Bis jetzt Eigentlich Super Ha Präventivtag Das ist doch sinnvoll Ist eigentlich nicht schlecht Die Sturm Nadelmählich zu sein Oh Kammerstrahl Okay Du Kannst schon ein bisschen Wasser tragen Anscheinend Oh das ist knapp Was geht Wie viel willst du noch Fressen Hallo es reicht jetzt Äh Hallo Meine Güte Also Das war jetzt echt Nicht schlecht Herr Spechte Dabei habe ich schon eine starke Truppe Hier unterwegs Und da gehen die ja ab Wie Schmitz Kannst du hier Mal 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 So Rein Mit dir So Da geht es natürlich Nicht weiter Mit der Truppe Es geht da unten Weiter Okay Die Frage ist halt nur, wie weiter. Schön abgeblockt. Gut. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Oh, gut. Umarum steigt noch auf. Das ist sehr gut. Aber ich muss hier nochmal einen Speicherpunkt mit der Truppe finden, dass ich hier ein paar Schlafsäcke verteile. Das hätte ich eigentlich vorher dran denken müssen, um ehrlich zu sein sogar. Okay, da war eine Tür, aber die ist jetzt zu schade dran. Okay. Ah, schade. Was ich eigentlich dann sagen wollte, war damit, weil der Moki halt gar nichts hatte. Deswegen an den P, dass der wie ein wenig sein tut. Die anderen ist ja auch jetzt nicht mehr viel. Deswegen Schneeball, okay. Der macht schon ordentlich Schaden. Oh ja. Sind wir jetzt eingefroren, oder was? Was ist... Ja, ich weiß, was Lok für einen Fehler hat. Der tut Abwehren bestimmt die ganze Zeit, oder? Lok tut nicht angreifen. Das gefällt mir nicht. Das muss ich einstellen. Und das ist mir erst gerade aufgefallen. Das ist nicht gut. Wenn der jetzt wirklich nur hier sozusagen auf Abwehr eingestellt ist, wäre ich schon scheiße. So, gucken wir mal. Mutring. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob die Rollen hochgehen. So. Normal. Ja, das war's natürlich. Und ich frage mich, warum tut er denn nicht angreifen, ne? Scheiße war's. Wow. Ja, jetzt aber. Okay. Kann's nicht reichen langsam. Sehr gut. So, jetzt kommen wir mal. So, nix eingefroren. Gut. Die Gemüter sind alle gut. So. Da hoch komme ich nicht. Okay. Das heißt, da hoch muss ich anscheinend. Yep. Wie weit, ist die Frage? Okay, da drüben ist der Speicherpunkt. Sehr schön. Das heißt, jetzt kann ich endlich Schlafsäcke verteilen. Oh, wunderbar. So. Zack. 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 So. Und wenn ich hier aber Speicherpunkt-Vorsichtshaber bin, speichere ich auch ab natürlich. Das ist klar. Die Frage ist nur, ja, ich bleibe mit der Truppe dann hier erstmal dann. Würde ich sagen, ich mache dann mit der nächsten Truppe weiter. Das heißt, mit, ähm, Terras-Truppe. Gefällt mir nicht, weil dann habe ich wenigstens immer Leute. Oh, super. Gott sei Dank. Ich hasse diese Sache. Gott sei Dank wiegt das nicht immer, ja? Was geht ab, ey, mit eurem Tod-Pfeif? So, der erst ist weg, aber ich finde es irgendwie kacke, dass die nicht viel Schaden machen, ne? Auf eine Art und Weise, ja, so. Gut. Ihr habt jetzt, oh, lernt, 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 oh, sehr schön. Bist du fertig? Sehr gut, bist du fertig. Wunderbar. Mit, was machen wir mit dir weiter jetzt, was sinnvoll ist? Ja, Korbkatz, das ist nicht schlecht. So. Eins rüber. Speichern. Sehr gut. Truppe wechseln. So, mit dir kann ich ja jetzt weitergehen wieder. Okay. Ja, das kommt mir bekannt vor. Hier waren ja alles Espers. So, ich bin mal nur gespannt, wann uns natürlich das, wann wir natürlich die Truppe, äh, die nächste Drache, machen, ich wollte eigentlich drauf ansprechen, wann wir die nächste Drache finden werden. Bin ich echt mal gespannt. Sehr gut. Strakos levelt auf, das ist doch nicht schlecht. So, bei euch ist ja eh nichts mehr, was ihr lernen könnt. Da, jetzt weiß ich ungefähr, wo ich sein könnte, reinturte ich hier. Vermute ich zumindestens. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Ach, dann halt gleich schaffen. Behemoth ist ja nicht schade drum. Sehr gut. Der Behemoth ist weg. Ach, sauber. Das ist doch wunderbar. Und du heilst ihn. Die andere macht schade. Ne, dann muss eigentlich nur noch der Ding raus jetzt. Genau. Du regelst das bestimmt wie immer, Serbian. Wunderbar. Ich hoffe mal, dass ich mal langsam die 256 Kämpfe zusammen habe. Aber ich habe schon ein paar Kämpfe eigentlich hinter mir mit ihm. Okay. Wie soll es hier jetzt weitergehen? Das ist Fuxi. Okay, das ist wirklich jetzt Fuxi. Hä, wie soll es jetzt mit ihr weitergehen hier? Irgendwo ist hier ein Fehler gerade hin. Oh, was sind das für Fücher? Gut abgeblockt. Das ist jetzt echt bitter. Sauber. Der erste ist down. So, der ist weg. Okay, die gehen drauf, oder? Oh, schade. Ne, doch nicht. Wow, und Terra macht das.